Mit diesem Song erreicht Nick Hauer 2012 die Top 5 der deutschen Singlescharts und wird international bekannt. Musik ist sein Leben, deshalb verschreibt sich der Brite nach seinem Informatikstudium ganz dieser Kunst. Nach dem Sieg bei der Castingshow The Voice of Germany beginnt seine Karriere. Gerade hat der 34-Jährige ein weiteres Album veröffentlicht und das stellt er jetzt vor. Engelsgleiche Stimme, Nick Hauer, ganz herzlich willkommen und extra für Nick habe ich heute die Showhose angezogen, ist das großartig. Vielen, vielen Dank für die Einladung heute. Lieber Nick, gerne. Wir haben gerade gehört, Sie haben Informatikstudium. Ich meine, es ist so ein Klischee, dass Nerds am Computer sich nicht unbedingt hingezogen fühlen zur Bühne. War das Ihre Entscheidung zu sagen, okay, Informatik, das ist meine Zukunft? Ach, nein, nein, nein. Ich habe gedacht, als ich sieben Jahre alt war, dass Musik war meine Zukunft. Aber ich weiß, es ist schwer, Musik zu machen als Beruf. Und so, ich habe Entscheidungen gemacht, Informatik zu studieren in der Schule. Und das war mein Plan B, aber ich habe das alles Plan A gemacht. Und dann, nach fünf Jahren im Büro, hatte ich genug mit meinem Musikberuf. Ja, und dann, ich habe alle meine Informatik-Nerdy-Jobs aufgegeben. Und seitdem, das war es, ja, 2009, seitdem habe ich nur Musik gemacht. Sehr geschickt. Sie haben im Büro gearbeitet, so getan, als wären Sie Informatiker und haben den ganzen Absprung in die Musikkarriere geplant währenddessen. Genau, ja, ein bisschen naughty. Sie sind ja in Brighton geboren. Sie sind dann aber wirklich abgedampft irgendwann nach New York und haben dort aber erst mal viele, viele Jobs gemacht. Wo haben Sie überall gearbeitet? Ich habe überall gearbeitet in New York, ja, zwischen neun und fünf. Ich war im Büro als ein Nerd. Nachdem, ich war ein Waiter in New York Restaurants. Und dann, ja, hatte ich natürlich, ja, natürlich ein paar Shows als ein Musiker. Und, ja, das ist, ja, normales war ein Musiker. Wir mussten so viele Marken an Musiker. Aber, Ne, können Sie sich noch erinnern an Ihr aller, allererstes Konzert? Wie viele Leute saßen da vor Ihnen? Zwei, glaube ich, ja. Meine Freundin und der Bartender, glaube ich. Und die haben aber gesagt, hey, du bist gut, die haben nur applaudiert? Oder eher gesagt, du überlegst dir das nochmal mit der Karriere? Ich glaube, wir haben ein bisschen Klatschen bekommen von den zwei Leuten da. So, ich habe gedacht, okay, ich frage nur ein paar mehr Leute und dann kann ich ein Esk-Musiker sein. Wann haben Sie denn wirklich gemerkt, dass das durch die Decke geht? Weil Sie haben jetzt mehrere Jahre schon irre getourt, einen großen Fankreis, wahnsinnig viele Konzerte in den Staaten und in Europa gegeben. Wann ging denn das so richtig los bei Ihnen? Ich, für mich, 2009 war ein wichtiges Jahr für mich, weil, wie gesagt, habe ich alles, Nebenjobs aufgegeben und seitdem habe ich 700 Shows gespielt in den USA, hier in Europa. Für mich, für mich, die Ziel war immer, Musik zu machen als mein Hauptberuf. Als alles oder nichts. Genau. Ja, alles oder nichts. Entweder Musik oder nicht und alles oder nichts. So heißt auch das aktuelle, das neue Album. Und wir hören mal rein. Fight. We've come too far to go back to the start. I need to fly. Oh, 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 no. I don't wanna fight no more. Oh, 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 no. My head is spinning and my fists are so. You knock me out on the ground. My head is better than a row. Oh, 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 no. I don't wanna fight no, I don't wanna fight no more. Oh, 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 oh. Dazu kann man sagen, dass alle Songs auf dem Album von Ihnen komplett geschrieben sind. Also Musik und Texte kommen. Nun haben Sie gesungen, Sie wollen nicht mehr kämpfen. Ja, ja, das ist was. Wo, gegen oder gegen wen wollen Sie nicht mehr kämpfen? Das bedeutet, ich will nicht so kämpfen mit der Musikindustrie. Ich habe Musik begonnen, weil ich liebe Musik. Und Musik für mich ist Spaß. Ich liebe es, Songs zu schreiben, zu singen, live zu spielen. Nach zehn Jahren in der Musikindustrie, ich hatte ein bisschen Lust verloren, ein bisschen Bock verloren letztes Jahr. Weil es ist easy für mich, Musik zu machen, aber schwer manchmal in der Musikindustrie zu sein. In Deutsch sagt man, im Hamsterrad sein. Wie sagt man bei Ihnen? Ja, ein bisschen. Auch so was, man kommt aus dieser Schleife halt nicht raus. Dieses Album, das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht jetzt. Weil es kam so viel zusammen. Ihr persönliches Leben, Schicksalsschläge, die auch das Album bestimmt haben, was ist passiert in der Zeit. Ja, das war für mich ein bisschen komisch. Musik für mich, es war immer Therapie für mich. Und so, alle Lieder auf mein neues Album, sie kommen von hier in Herz. Das ist mein meister persönliches Album soweit. Was mussten Sie denn therapieren mit diesem Album? Und leben, alles. Ja, letztes Jahr war ganz belug für mich. Ich habe beide meine Eltern verloren zum Beispiel. Was ist passiert? Ich habe meine Mutter verloren und dann mein Vater. Sie waren beide krank. Aber ich war auch ein neuer Vater für das erste Mal. Sie haben eine zweijährige Tochter. Genau, ja. Und sie heißt auch Madeleine. Nein! Wirklich? Ja. I named her after you. Das heißt nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, du musst das sagen. Ich hatte plötzlich Lust, ein neues Album zu machen, weil ich hatte so viel zu sagen. Und das ist all or nothing. Und wie gesagt, das ist mein persönlich ehrlster Album soweit. Und ich bin stolz auf es. Und ich hoffe, dass meine Fans, sie freuen uns auch. Ganz bestimmt. Es ging 2012, war das, da haben Sie Voice of Germany gewonnen. Gewonnen, ja. Sie haben in Prenzlauer Berg gewohnt, in Berlin. Ja. Fanden die Stadt wirklich cool. Ich liebe es jetzt. Sind aber trotzdem wieder weggegangen. Und Sie haben noch nie einen deutschen Song veröffentlicht, obwohl Sie die Stimme Deutschlands geworden sind. Wie geht das denn? Wann ist es soweit? Ja, schwer. Ich habe Angst, ein Deutsch leser zu singen. Ich weiß nicht. Manchmal Deutsch ist ein bisschen schwer für mich. Aber ich denke, in der Zukunft, wir würden uns ein Deutschlied schreiben. Und vielleicht können wir das zusammen singen. Ich kann nicht singen. Nein. Keine Chance. Ich weiß, Sie suchen einen deutschen Gesangspartner dafür. Ja, das geht immer noch so. Ich sage mal, gucken, was da bald rauskommt. Lieber Nick, liebe Zuschauer, aber jetzt freuen wir uns sehr, weil diese Gitarre liegt einfach nicht nur da, weil das Sofa so schön groß ist, sondern Nick hat auch was vor damit. Ein anderer Song von dem Album, was hören wir? Genau, Carry You. Ja, ich habe das für meine Familie geschrieben. Und es bedeutet, dass ich werde immer meine Familie unterstützen. Und ja, I'll play you a little bit now. Bitteschön. Nick Hauert. Bitteschön. 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 Schön, dass Sie da waren. Frohe Weihnachten, sag ich jetzt schon mal vorab. Und jetzt geht es darum, was hier so in Deutschland gegessen wird zu Weihnachten. Ja, ja. Danke.